Hallo ihr Lieben, Amin Zadeh hier. Heute ist Muttertag und ich habe hier eine Rose gekauft für meinen Mann. Mit dann Herzdekoration, Herz mit Karte und Rose, das Symbol des Liebe. Muttertag ist sehr relevant, sehr sehr wichtig ihr Lieben da draußen. Kauft für eure Mutter immer Rosen, ruft nicht an oder schickt keine SMS, sondern kauft eine Rose und gebt das eurer Mutter ab. Weil Mutter ist sehr sehr wichtig. Ohne eine Mutter wäre kein Menschheit auf unserer Erde. Und deshalb ist der Muttertag sehr 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 relevant ihr Lieben da draußen. Und Rose ist das Schönste, das Symbol des Liebe. Und daher ihr Lieben, kauft am Muttertag Rosen für eure Mutter. Ohne eine Mutter wäre kein Menschheit auf unserer Erde. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund ihr Lieben. Und so eine Rose, so eine einfache Rose ist komplett ausreichend. Und nicht so viel, nur ein einzigen und das ist, das symbolisiert die Liebe zu eurer Mutter. Also Mutter ist sehr sehr wichtig. Bleibt gesund ihr Lieben. Heute scheint die Sonne, blauer Himmel haben wir hier. Euer Amin Zadeh ihr Lieben. Bleibt gesund. Ich hoffe mal на Herstellung. U兩個 jetzt. Bis zum nächsten Mal.